Distanz Besessenheit Fordert noch mehr Distanz Ohne Distanz Kein Überleben Guten Tag, meine Damen und Herren Ich bin Paret Fulmann Ich bin hier heute hergekommen, um für euch eine kleine Darbietung darzustellen Ich habe mir gedacht, es wäre angebracht Eine kleine Hilfestellung zu bieten Ein soziales Fundament Von meiner Seite für die Welt, für die Nachwelt, für die Zuschauer und Zuschauerinnen Momentan in der Zeit der Quarantäne Der Bürger Die Bürgerin in der Quarantäne Kein Flugzeug benutzen Kein Urlaub Keine Malediven Das Auto besser nicht benutzen Klimakrise 2019 hochaktuell Jetzt Corona-Krise Krisenmanagement Ja, mir ist richtig heiß geworden Ich brauche jetzt auch ein bisschen mehr Luft überall Das Ding ist ja Ich bin ja eigentlich so ein typischer spießiger Bürger Eine Bürgerin Und Ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit der Verwaltung Ich habe nur ein Problem damit, dass es alles so zentral abläuft Zentralisiert quasi Mit der Maskenpflicht Da ist man nun ja jetzt auch noch gar nicht sich sicher, ob das eine Maskenpflicht gibt Ich hoffe nicht raschel ich nicht so Es gibt ja Gemälde James Enzer, der Mann mit Masken Oder war es einfach nur Masken? Egal, also es gibt der Mann mit Masken War das nicht von meiner Kollegin Michalko ein Bild? Genau, ich habe nämlich auch immer Masken auf Oder Wenn ich mich bewege in dieser Gesellschaft, trage ich Maske Ich trage auch Schweif Als Katze quasi gehe ich auch manchmal Und Glaube Dass wir das alle tun Und deswegen ist das eigentlich auch gar nichts Neues Wenn man die Maskenpflicht dann einführen sollte In Deutschland Für alle Das ist glaube ich auch heute beschlossen Wir schauen mal Die Maskenproduktion läuft auf Hochtouren Die Effizienz Die Produktion Das Bruttosozialprodukt Das steigt alles wieder an Und Die Verwaltung hat zu tun Die hat nicht nur mit mir zu tun Mit einer Person Die Da so durchgleitet Irgendwie Und nicht zu fassen ist Wie so ein Aal Oder wie so eine Wie so eine Schlange So Es ist einfach So dass Dass Ich diese Distanz Auch die gefordert wird Im Grunde Nicht Als Distanz Halten kann Sondern ich muss immer In der Besessenheit leben Deswegen funktioniert das mit der Distanz Nicht Und ich habe für euch noch einen kleinen Song Also bei mir funktioniert das mit der Distanz nicht Und Social Distancing Ist ja halt das physische Distancing Das macht Gar nichts Das ist ja normal Man kann ja Die Daten schicken Über die Datenleitungen Im Mail Im Stream Im Hauptstrom der Datenleitungen Sich befinden Deswegen mache ich ja auch eine Sendung Auf YouTube Die Pachet-Fullmann-Show-Home-Office Die läuft Auf YouTube Und das ist ja eigentlich quasi der Mainstream Umso mehr freue ich mich heute in Quarantäne-DV Als Gast So nett mit meinem Kollegen Sturmwind eingeladen worden zu sein Genau Ich fange mal an mit meinem Song jetzt Die Zeit läuft Mir ist auch schon ganz heiß Ich weiß nicht, ob nicht geht da so Gut Ich habe da das Mikro da Es ist alles safe hier und sauber Mein Song für heute Die Krise Die Krise Mythos, Fiktion, Untergang Mythos, Fiktion, Realisation Die Realität und die Fiktion Sind Geschwister sowie Corona Und die Kreativität Hörte ich letztens In der News-Biblein Die Welt im Normalzustand Nicht handelbar im Ausnahmezustand Ganz wunderbar Sicherheit ist Freiheit Freiheit in Ketten Der Bürger eines Trachtes Bild War schon lang nicht mehr zu retten Die Kunst immer wild und besessen Distanzlos Maximal groß Maximal groß Unser Stigma Keine Kontrolle Absolute Körperkontrolle Ausrufung des Notstands Krise Krisenmanagement Krise Krise Heißt die Devise Von oben gesprochen Infiziert und denunziert Ins Exil gekrochen Zufallsgenerator Algorithmus Zufall Es gibt keinen Zufall Es gibt nur Schicksal Und öffentliche Qual Eines für alle Und alle für einen Eines Ich bin ein Ausnahmezustand Eine Krise Deine Krise Schon immer gewesen Ist für mich nichts Neues Mainstream 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 Und alles streamen mit Mainstream Ist der letzte Hit Mainstream Und alle streamen mit Angstpolitik Und alle streamen mit Angstpolitik Und alle machen mit Angstpolitik Versparen Hat uns das angetan Mainstream Und alle streamen mit Mainstream Nee, nee, das wusste ich schon Mainstream Das kann nicht gut gehen Mainstream Nee, 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 nee Sicherheit ist Notstand Nee, 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 nee Sicherheit ist Einheitsbrei Mainstream Was ist schon dabei? Ich will keinen Mainstream Kein Sauerstoff im Mainstream Atemnot Atemnot Mainstream Atemlos Durch die Nacht Atemlos Die Angst geht um Wie dumm Eigensinn ist das Gebot, eure Intuition. Hilft euch in der Not, Grenzen verletzen, Grenzen besetzen. Wie weit sind wir entfernt? Staatsliebe, Staatsgetriebe, ich kann es nicht mehr hören. Jeder Einzelne ist gefragt, merkt ihr nicht? Die haben uns doch verarscht. Merkt ihr nicht? Das ist ein Theaterstück. Merkt ihr nicht? Das ist der letzte Hit. Mainstream und alle streamen mit. Mainstream, das ist der letzte Hit. Mainstream, wo sind die Milliarden geblieben? Mainstream. Hubschrauber kreisen? Mainstream. Haben mich erkannt? Mainstream. Gesichtserkennung, Mainstream. Ist Realität. Krise, ich bin eine Krise. Krise, das war immer mein Devise. Krise, ja, ja, eine ewige Krise. Verabschiede mich in ewiger 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 Krise. Vielen Dank.